Musik Miteinander respektvoll, rücksichtsvoll und verantwortungsvoll umzugehen, kann gelernt werden. Unter dem Namen Soko bieten Erlebnisagenturen in Oberösterreich Trainings für Schüler an, um sich besser kennenzulernen. Soko steht für soziale Kompetenzen in Schulklassen. Durch gemeinsame Aktivitäten in der Natur und der Anwendung erlebnispädagogischer Methoden wird der Teamgeist gestärkt und ein soziales Miteinander gefördert. Das bewirkt eine nachhaltige Verbesserung des Klassenklimas. Das Angebot reicht von Wanderungen über 3D-Bogenschießen, Hochseilgarten bis hin zur Sommerrodelbahn. Bei Abenteuerspielen wie Tower of Power oder Spinnennetz lernt man sich gegenseitig zu vertrauen und auch das eigene Selbstvertrauen wird gestärkt. Es gibt Trainings für 1-5 Tage, sowohl für Volksschulen als auch Matura-Klassen. Diesen Ratgeber widmen Ihnen die Freizeit- und Sportbetriebe in der WKO Oberösterreich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017